Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Schauspielpark. Meine Damen und Herren, seht ihr jetzt hier leise ich dieser Bühne? Darf ich Ihnen dann nicht in meinen Herzen zu Füßen legen? Wenn Sie mir meinen Fußboden nicht schmutzig machen, mein Herz ist rein. Das werden wir ja sehen. Ich kriege es nicht heraus. Wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Ich kriege es nicht heraus. Wollen Sie, dass ich Ihnen helfe? Wenn es Ihnen nichts ausmacht? Es ist mir einfach gut. Ich kriege es auch nicht heraus. Ich kriege es auch nicht heraus. Ich werde es Ihnen heraus operieren. Wozu habe ich ein Taschenmesser? Das werden wir gleich haben. Arbeiten und nicht verzweifeln. Darf ich Ihnen mein Herz zu Füßen legen? So, das hätten wir. Aber das ist ja ein Ziegelstein. Ihr Herz ist ein Ziegelstein. Das ist ja ein Ziegelstein. Ihr Herz ist ein Ziegelstein. Aber es schlägt nur für Sie. Aber es schlägt nur für Sie. Wir werden. Wir werden. Untertitelung des ZDF, 2020